Hallo Frau Schleppi, hier spricht der Herr Dietrich in der Ferienwohnung von der Frau Klostermann. My face is bleeding, dude. My whole soul is shooken. I'm sketched out now. I'm fine. You're white as a ghost. Wow, ah, halt. Es gibt einen Anstieg. Wie gesagt, wenn Sie hier eine Begrenzung stellen Sie sich alle möglichen Leute an. Ast ins Auge! Ast im Auge tut nicht gut! Ach so... Wow. Ja! Untertitelung des ZDF, 2020